Seit heute läuft der Vorverkauf für das DFB-Pokalspiel SV Waldkirch gegen Gräuter Fürth. Die Tickets können per E-Mail beim SV Waldkirch bestellt oder im Waldkircher Rathaus gekauft werden. Gespielt wird am 16. August um 15.30 Uhr im Kaiserstuhlstadion in Balingen. Der SV Waldkirch hatte sich mit einem Sieg gegen den FC Bötzingen den südbadischen Pokal gesichert und damit für die erste Runde im DFB-Pokal qualifiziert. Gegner ist der Zweitligist Gräuter Fürth.